Hallöchen meine Freunde, und zwar, ich habe hier ein kleines Infovideo für euch und um was es geht, sagen wir gleich, wenn ich mal hier das Gameplay gestartet, weil ich das damit nicht so langweilig ist, lass mal ein bisschen Gameplay drüber laffer. So, wie ihr vielleicht schon hört, ein bisschen Call of Duty. So, es geht um das Streamen. Jeder, der mir auf YouTube folgt, weiß, dass ich hin und wieder mal auf, Moment, da ist ein Gegner, auf YouTube streame und streamen macht mir so unheimlich Spaß, aber YouTube ist relativ aufwendig, finde ich, zum Streamen. Jedoch würde ich gerne, auch was die Qualität angeht, ähm, oh, falsche Taste, auf Twitch streamen, weil die Qualität ist im Weiten besser. So, den haben wir. Ah, nein, was? Okay. Ähm, ich werde, das heißt, also, ich werde in diesem Video hier, in diesem, unter die... Ich verlabere mich gerade die ganze Zeit, ein bisschen anstrengend, gleichzeitig so zu reden und ein bisschen zu kämpfen. Also, jetzt nochmal. Ich setze einen Punkt, nochmal. Ich werde jetzt ab sofort nur noch auf Twitch streamen, das heißt, ich setze hier unter diesem Video ein Link in der Videobeschreibung. Da könnt ihr draufklicken, da kommt ihr auf meine Twitch-Seite. Ansonsten einfach www.twitch.tv und meinen Namen dann in der Suchleiste eingeben. Ähm, da müsstet ihr mich auch finden. Da könnt ihr mich, wenn ihr mich auch auf Twitch unterstützen wollt, abonnieren. Und ja, dafür passt ihr keinen Livestream mehr von mir, weil auf YouTube wird es nicht mehr so viele geben. Ähm, es wird hin und wieder vielleicht meins geben, vor allem die Anno-Reihe, weil ich die ja gleichzeitig auch in einer Playlist veröffentliche als Let's Play. Da ist es einfacher, wenn ich es einfach weiter auf, ähm, oh Mann ey, da legt das sich da hin. Da ist es einfacher, wenn ich es einfach auf YouTube weiter streame. So, das war jetzt meine Rache. Genau. Äh, andere Spiele werde ich, denke ich, nur noch auf Twitch streamen. Weil einfach auch die Qualität im Weiten besser ist, ey. Also das werdet ihr dann auch feststellen. Das ist nicht mehr so grisselig und schwammig. Da werdet ihr, das seht ihr dann. Oh, lololololol, da hat man noch einen, da hat man noch einen, da hat man noch einen, da hat man noch einen. Genau. Das war eigentlich so alles, was ich sagen wollte, dass ich jetzt auf Twitch streame. Und nur noch hin und wieder auf, äh, YouTube. Aber das meiste wird auf Twitch umgehauen wird. Und wenn ihr da kein Dings mehr verpassen wollt, äh, bitte. Ach, verdammt. Bitte auf Twitch folgen. Link in der Videobeschreibung, wie gesagt. Ja, wenn ihr Fragen habt, fragt einfach unter dieses Video. Einfach kommentieren, dann beantworte ich die. Aber eigentlich, hat sich, denke ich mal, ist alles relativ verständlich. Twitch, kennt, denke ich, jeder. Au, 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 au. Hä? Hä? Da ist er. Ach, Alter. Ey, der lungert da oben, der kämpft. Guck mal, wie er wieder da kämpft. Ihr habt ja das gleiche Visier, wie ich. Guter Geschmack. Ja. Das war's eigentlich von der Info. In diesem Info-Video habe ich das gerne dieses Gameplay eigentlich zu Ende spielen. Wer Bock hat, kann dranbleiben, sich dieses Video noch angucken. Und ja. Wenn ihr Fragen habt, in die Fragenbox unter dem Video. Also, Kommentierbox. Nein, nicht hinter mir. Oh, Mann. Mann, wo waren die denn? Hä? Das ist, die... Ah. Achso, das hat eine von meinen Mates geholt. Brav. Achso, das ist eine von meinen Mates. Jawoll. Abschluss bestätigt. Dö, 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 dö. Uuuuuh. Abschluss bestätigt. Leben, leben, leben. Jawoll. Nachladen. So. Ja, wisst ihr, auf Twitch. Ich habe jetzt zwei Probe-Streams auf Twitch gemacht. Ähm. Leider hat es keiner von euch mitbekommen, denke ich mal. Ich habe jetzt keine Granaten da. Uuuuh. Ich höre doch. Ich höre es. Hä? Da ist gerade eine vorbeigelaufen. Haha. Aua. Was? Och, okay. Naja, und die Qualität ist schon viel einfacher. Und auch diese, diese, ähm, ja, wie sage ich, die Aufwendigkeit ist so viel leichter. Ich mache mir einfach da mal einen Clusterschlag hin. So viel leichter auf Twitch. Ich brauche da nicht viel machen. Und das ist, das erleichtert einiges. Ähm. Und es wäre Hammer, wenn ihr mehr auf Twitch streamt, weil dann verteilt sich das nicht so. Und ich denke, Twitch ist für allen ein Begriff. So, und schaut mal rein. Ist einfach wirklich viel, viel schöner. Abschluss bestätigt. Na, wo sind sie denn alle? Nein! Da war eine. Lol. Wie er da gammelt. Ah, gut. Er lag da noch nicht die ganze Zeit. Das lasse ich ihm mal. Das gönne ich ihm mal. Nein, da laufe ich nicht lang. Da schießt er so. Ach, dieser, so, da, da, da hast du da nicht über diese Steine klettern kannst. Das ist... Meins! Haha! Sorry, ich weiß. Teamplay, aber... Kommt doch extra Punkte. Achtung! Verbündet der Präzisionsluchtschlag im Anflug! Nein! Was? Wieso war das jetzt weg? Nein! Oh, ich habe den noch gesehen. Aber ich habe mich so darauf konzentriert, wo die Marke hin ist. Schade, schade. Was für... Scheiß Camper, ehrlich. Hat er davon. Genau. Ja, sieh dir. Danke fürs Einsammeln, Bro. Ich glaube, ich muss mal dahinter. Ich glaube, da geht die Post ab. Nimm mir mal. Du bist da drin. Ah, da ist noch einer! Nein, ich habe daneben geschossen! Oh. Nein. Aber die gewinnen. Das verlieren wir leider. Ich laufe hier gerade voll außen rum. Ich weiß auch nicht, warum. Nein! Jetzt war der weg. Ist eklig vorbei. Ich will nur nicht mehr noch sterben. Ist unnötig dann. Hi! Guck mal, ich habe mich noch erwischt. So. Naja. Ich hoffe, dass dieses Infovideo angekommen ist. Dass ihr alle versteht, was ich meine. Streaming. Ab sofort nur noch auf Twitch. Vereinzelt auf YouTube. Aber hauptsächlich auf Twitch. Also, wenn ihr meine Streams gucken wollt, folgt mir auf Twitch. Das war eigentlich alles, was ich sagen wollte. Genau. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Fürs Anhören. Und danke für die Unterstützung auf YouTube. Und wäre nice, wenn ihr mich auch auf Twitch unterstützt. Bis dahin wünsche ich euch was. Und tschüss! Bis dahin wünsche ich euch.